Das war meine Idee. Also, also, Leute, ich bin jetzt aus Versehen. Also, ich habe euch den Hansa gezeigt. Habt ihr ja auch gesehen. Es hat hier gerade was Gruseliges. Das muss draufbleiben. Alle hin, alle zu schwarzen. Ich erzähle jetzt gleich. Also, und dann habe ich aus Versehen auf den Ausknopf. Und das ist jetzt der Block Hashtag 2. Und der wird noch dummer und noch verrückter und noch besser. Und das ist gerade, das müssen wir jetzt gucken. Guckst du auf mein Handy oder auf den Fernseher? Auf den Fernseher. Wo du denn? Ich auch. Der Fernseher sieht doch viel geiler aus. Also, du könntest es jetzt nicht so geil sehen, aber... In echt sieht es gerade noch mega süß aus und geil. Ich esse jetzt ein Knoppers! Das sieht, glaube ich, niemanden. Leute, habt ihr das arme Pferd gesehen? Wir sind so beide, sobald irgendwas tot ist. Egal, egal was. Die halt so... Oder? Ja. Tu mal, dann fack ich wieder. Leute, ich trinke jetzt eben was. Nein, soll ich filmen? Ja. Und Leute, folgt mir auf jeden Fall bei MusikerLieb und bei YouTube. Gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Nicht so viel Eigenwerbung. Und wir machen Werbung für Julienko. Abonniert Julienko und Bibi. Oder? Was? Ihr müsst Viktoria, Sarina, Julienko und Bibi abonnieren. Sonst findet ihr hier auf dem Kanal. Nein, das ist ein Spaß. Und du, Isak Fesch. Ja. Kennst du die? Und Sagibi. Ja, und Sagibi. Die müsst ihr alle abonnieren. Alle. Oh, ich bin blind. Ja, Julienko und Bibi. Nicht Xlater. Hallo, die Leute wollen das auch sehen und ich auch. Nein. Oh, ich bin blind. Gib weg deinem Opfer. Opfer. Und die müssen Wavefox abonnieren, oder? Wavefox. Oh. Ja, oder? Die müsst ihr alle abonnieren. Oder? Oh, ja. Das war schon echt ein Gesetze. Das war schon echt ein Gesetze. Das war schon echt ein Gesetze. Leute, Alaina hat gesagt, dass sie jetzt gruselig wird. Und deswegen filmen wir es nicht. Das war doch so schwer. Wie lange filmen wir eigentlich? Scheiße. Und wie lange wir schon filmen? Ach, 2 Minuten 43. Was? Wie lange? Scheiße, ist auf Pause. Guck. 2 Minuten 48. Wie soll ich das denn filmen? So? Ja. Das ist an, das heißt, das stimmt. Ja. Ja, ich film mal in den Films. Wohinst du hier? Ja, film mal in den Films. Oh, Leute, mach mal. Ich hab Pause. Ich hab keine Pause. Ja. Ihr wolltet, dass ich den ganzen Film sehen? Nur, wenn das Frühling ist, kommt. Also, ja. Ist heute überhaupt hier? Habe ich das einfach überhaupt nicht? Wow. Leute, hier ist ein bisschen Mädchengram. Ja. Und jetzt so. Und jetzt so. Oh, oh, oh. Denk mal einen Unterschied zu mir. Guckt uns ja mit ihr an. Ich hab gerade die Dicke gestrichen. Nein! Also, oh, Eva. Brauchst du Blut? Leute, das ist Blut gerade. Warum? Ich habe so viel zu tun. Ich bin echt egal. Ich schwinge leider oft. Aber wir werden dennoch gut schalten. Äh, das stimmt natürlich nicht. Spaß. Also, sie ist zwar manchmal echt ein bisschen creamy. Das macht sie manchmal echt verrückt. Aber bei uns geht es eigentlich nicht verrückter als Julia. Also, alles ist in Ordnung. Hier geht ihr nicht. Ja. Leute, du machst das? Ja. Dafür Julia. Julia! Julia! Wenn du das siehst. Liebe Grüße. Grüße geht raus. Annalisa, Fanny und Julia. Und Leute. Ähm. Ähm. Jeder, der gegrüßt werden muss. Schreibt bitte einen Kommentar. Ähm. Und sobald habt ihr. Und am nächsten Video werde ich euch grüßen. Lass ihn schalten sollen. Lass ihn grüßen gehen. Schreibt bitte nur zwei Minuten lang. Immer mehr. Schklich? Ja. Ja. Mach die Tür aus. Julia! Du musst mir helfen! Holt, hat es sich angesehen? Wir haben es uns alle angesehen! Okay, komm auf! Was ist die Brüße nicht? Nimm sie in die Hand! Nein, sie sehen es doch vor! Oh, du bist nicht echt! Du bist nicht ernst! Ich gehe ernst! Mach es einfach! Ich bin immer lieb! Hier bist es nicht echt! Da hast du recht! Ja! Warum machst du? Wieso gerade so? Ich habe gewonnen! Du musst das alles schon sehen! Dass wir alles sehen! So! Leute! Ich und meine Freundin gucken jetzt den Film etwas weiter und dann sehen wir uns gleich wieder! Oder nachher! Leute, es wird horror! Du musst es sehen! Wie du aus dem Fernseher rauskrabbelst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es sieht echt gruseliger aus! Ja! Ich will was trinken! Dann trink was! Hi! Nein! Oh mein Gott! Das ist wie Horror! Es kommt Blut aus dem... Äh, Ding! Es kommt Blut da raus! Fernseher! Jetzt kommt die da raus! Fernseher! Leute, die kommt aus dem Fernseher raus! Lena, hast du Schiss? Nein! Voll geil, ne? Ah! Oh mein Gott! Die kann das! Die kann Brunnen! Ah! Sieht das eklig aus! Die kommt einfach aus dem Brunnen! Hast du das Video gesehen? Die kann nicht auf die Typ, die aus dem Brunnen kommt? Nein! Kann das auf so... Baaah! Das sieht echt so aus, als ob die gerade so aus dem Fernseher gekommen ist! Die haut! Baaah! Baaah! Was ist das denn? Ich find da angucken? Ich find da spannend und nicht gruselig! Was ist denn nicht das Kleine angucken? Nein! Ich find das spannend und nicht gruselig! Ja, also das sollen wir in einem anderen Film gucken? Nein! Wieso? Hast du gerade gesehen, wie ihr Auge wurde? Ja! Es wird auch schwarz! Leute! Bist du das gleich wieder? Nein! Es wird gerade... Sie bekommt ein schwarzes Auge! Die ist da! Deine Mary! Jetzt kommt sie so aus dem Fernseher raus! Ich fülle die Augen zu machen, so! Ja! Warum hat sie die jetzt gelassen? Oh! 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 Die ist nicht mehr da! Warum hat sie die jetzt gelassen? Was gelassen? Ist das schlimm, wenn... Warum hat sie die jetzt leben gelassen? Ach so... Ist das schlimm, wenn ich sie liebe? Nein! Sag mal, wie lange wir schon filmen! Ich so lange! Wie lange machst du den höchsten? Mann! Das hast du dich mitgefügt! Ja, ich weiß! Das war gerade ein widerliches Gesicht! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Sag mir, dass du es nicht gesehen hast! Sag es mir! Ich so! Ich so! Hallo? Äh... Gabriel hat mich geschickt. Ich soll mir hier irgendein Video ansehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es guckt sich die ganze Welt später an, ne? Leute, ich werde jetzt auch nur bis zwölf Minuten drehen. Und Leute, sonst machen wir Vlog Hashtag Dings. Das ist ja jetzt schon der zweite Vlog, also filmen wir schon voll lange. Leute, die hören jetzt schon auf! Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Vlog 3. Äh, bis zum nächsten Video. Hä, Vlog? Wir machen gleich den Schwing. Das wird ganz normales Video, kein Vlog. Warte, aber lass gleich noch einmal so ein Vlog tun, wenn es richtig gruselig wird. Das ist ja Grusel-Vlog, okay? Ja. Okay, ciao! Äh, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!